Im heutigen Video stürmen wir die Polizeistation und werden sie dann erobern und so lange verteidigen wie möglich. Unser Ziel ist es natürlich, so lange zu überleben, wie es nur geht. Ich würde sagen, wir begeben uns direkt mal auf den Weg. Okay, wir sind auf jeden Fall bei der Polizeistation angekommen. Wir werden unser Fahrzeug jetzt professionell parken. Und das ist jetzt der richtige Versuch. Davor hatten wir jedes Mal die Cookies vergessen. Genau, jetzt. Ich würde sagen, wir nehmen noch einen Cookie. Und da ist der erste, da ist der erste. Schieß, schieß, schieß. Let's go, let's go, let's go. Einer ist da rein. Einer ist hier. Wo ist der? Der eine ist irgendwie weg. Keine Ahnung. Okay, let's go. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Nochmal nachladen und dann gehen wir rein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Einer ist da hinten. Ach, da ist er. Da ist er. Ich habe ihn gefunden. Er hat mich gefunden. Da hinten ist eine Ente. Keine Ahnung, was die Ente macht. Da rechts kommen. Wir stürmen. Ich gucke rechts zu links. Okay. Oh, ich wurde gehittet. Perfekt. Ah, da. Ich weiß von wem. Von der Ente. Bro, warum ist da eine Ente? Boah. Es hat bei mir, glaube ich, gerade ein bisschen gelegt. Ich habe gerade irgendwie niemanden gehittet. Und dann habe ich auf einmal 10.000 Schüsse gehört. Und dann war ich down. Okay, Leute. Wir wurden auf jeden Fall wiederbelebt. Jedoch ist hier auf jeden Fall ein Polizist, der uns jetzt auch festnimmt. Egal. Okay. Wir werden auf jeden Fall jetzt einmal hier irgendwie in die Ecke gebracht. Okay. Wir wurden auf jeden Fall freigelassen. Sehr, sehr ehrenhaft. Aber da ist jemand direkt hinter uns. Ich hoffe, der macht nichts. Das wäre relativ blöd. Gut. Nee, der macht nichts. Okay. Ja, anscheinend haben wir jetzt Tima. Das war eigentlich nicht so der, ja, der Sinn dieser Folge. Egal. Auf jeden Fall. So. Wir hielen uns jetzt mal ein bisschen hoch. Ich muss da mal nachladen. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Auf jeden Fall. Gut. Und jetzt gucken. Wen kann ich hier hinten? Da. 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 Ah. Okay. Wow. Warum trägt man Grün, wenn man kein SEK ist? Bitte. Das sah so aus, als wenn er SEK wäre. Jetzt geht der Polizei. Und dann bin ich verhaftet. Ja. Ich sehe es kaum. Egal. Da hinten ist auf jeden Fall jemand. Komm. 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 Ja. 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 Komm. Komm. Hä? Ich hitte. Ich habe 2 Down. Ich habe 2 Down. Ich wurde angehittet. Ich wurde angehittet. Jetzt kommt dann Random. Da ist ein Polizist. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Jetzt sieht er mich. Egal. Den bekomme ich. Den bekomme ich. Den bekomme ich. Es lag so hart. Es lag. Warum lagt es denn? Okay. Da. SEK. Chill mal ein bisschen die Lage. Wow. Hier sind 20 Cops, die mich nicht rauslassen aus diesem blöden Raum. Nein. Schieß mich doch nicht da um. Bitte. Ja. Okay. Wir werden wahrscheinlich wiederbelebt. Aber es sind einfach viel, viel zu viele Polizisten hier. Das ist halt. Ja. Schwierig. Okay. Wir wurden wiederbelebt. Wurden auch festgenommen. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Und Finn ist auf jeden Fall da. Der schießt ihn vielleicht um. Finn. Lauf um dein Leben. Lauf. Lauf, Kollege. Lauf. Du schaffst das. Komm. Lauf, Finn. Lauf. Er schafft es noch. Aber jetzt ist er, glaube ich, down. Und ja, wow. Da schießen aber auch sechs Polizisten auf ihn. Oh, nein. Okay, Leute. Wir sind auf jeden Fall auf einem neuen Server. Werden uns wieder in die Polizeistation reinbegeben. Ich weiß nicht, wie viel Munition wir haben. Wird schon passen. Wir werden uns ein bisschen healen. Ja. Ich glaube, wir müssen auch wahrscheinlich irgendwie einen Notruf machen oder so. Weil ich glaube, hier ist es soweit relativ leer. Aber I don't know. Wir schauen einfach mal so chillig hier vorbei. Ja. Wir müssen einen Notruf machen. Ich würde sagen, das machen wir. Und dann sehen wir... Ah. Nie. Never mind. Da chillt einer direkt in mir drin. Oh. Ja. Let's go. Dann doch kein Notruf. Dann wissen wir schon mal, die kommen von alleine. Oh Gott. Ich habe gar keine Muni mehr. Egal. Er schreibt irgendwas, was ich nicht verstehe. Lassen wir einfach sein. Ja. Ich würde sagen, wir hielen uns ein bisschen. Jetzt hier Schutzdostrüstung anziehen. So ein Notruf kann, glaube ich, nicht schaden. Und ich würde sagen, soweit stellen wir uns einfach hier in die Ecke. Weißt du, wir stellen uns hier so hinter. Ah. Wobei, noch besser. Wir stellen uns hier hinter. Das heißt, sobald der hereinkommt, können wir den halt komplett nehmen. Ja gut. Wir stellen uns mal auf die Jagd. Oh. Da ist einer. Da ist einer. Let's go. Let's go. Let's go. Den können wir direkt holen. Den können wir direkt holen. Ah. Never mind. Doch. Haben wir. Haben wir. Ja. Let's go. Ich habe nicht mal ein Magazin mehr im G36. Und ich glaube, zwei Magazine in der M4. Na, zweieinhalb. Läuft auf jeden Fall. Ja. Da kommt vielleicht der nächste. Komm. 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 Geh. Nimm den Job an. Nimm den Job an. Bitte. Nimm den Job an. Ich glaube, er hat den Job angenommen. Nee. Leider nicht. Leider nicht. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Munition verbraucht. Egal. Da kommt einer. Bitte. Nimm den Job an. Nimm den Job an. Nimm den Job an. Ja. Let's go. Let's go. Let's go. Der nächste. Der nächste. Der nächste. Komm. 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 Geh doch down, Kollege. Schnüschuh. Ah. Jetzt. Jetzt. Ah. Nee. Oh. Nee. Das werden mir jetzt ein paar zu viele hier. Nicht tasern. Nicht tasern. Schieß. Schieß. Bro. Nimm doch nicht deine Handschellen in die Hand. Bro. Wer ist er denn? Warum nimmt er die Handschellen in die Hand? Ja. Bro. Es muss doch nicht sein. Ist so useless. Ist so unnötig. Ja. Okay. Nächster down. Let's go. Wir haben schon vier am Boden. Oh. Hier. Hier hinten sind zwei Polizisten. Zwei Polizisten. Beziehungsweise. Ja. Doch. Zwei. Einen habe ich down. Einen habe ich down. Komm. Ich habe. Ich habe nur noch zehn Schuss. Zehn. Acht Schuss. Nur noch. Ich habe acht Schuss, um einen Polizisten hier zu holen. Nicht tasern. Bro. Das ist knapp. Ja. Let's go. Wir haben sechs Polizisten. Schon sechs Polizisten. Let's go. Let's go. Let's go. So. Gut. Wir steigen ein. Holen uns nochmal Muni. Und ja. Währenddessen kann Sunny hier irgendwas machen oder so. Keine Ahnung. Okay. Leute. Wir werden auf jeden Fall mal alles nachfilmen. Und ja. Gut. Ganz chillig. Fahren wir jetzt einfach zurück. Jedoch. Ich glaube. Ein bisschen zeitversetzt. Weil die müssen ja erstmal alle wiederbelebt werden. Weil wir haben gerade einen Großteil der Polizisten auf jeden Fall auseinandergenommen. Kommt. Ja. Sechs Polizisten haben wir geholt. Und acht sind nur noch auf dem Server. Also. Glaube. Nicht so geil. Auf jeden Fall. Doch. Wir fahren jetzt schon mal zurück. Und wir lassen die Notfalls wiederbelebt oder so. Okay. Ich höre Schüsse in der Polizeistation. Ich glaube. Ja. Wir gehen. Ja. Von welcher Seite. Ja. Komm. Von hinten fahren wir wieder rein. Oh. Da ist Action. Das ist neu. Auf jeden Fall da. Das ist neu da. Wir driften hier einmal rein. Und dann. Händen hoch. Oder. Ich schieße. Polizei ist da. Let's go. Ist hier noch einer drin, Finn? Dann schießt zweimal die Luft. Okay. Ist anscheinend keiner mehr drin. Let's go. We join. Ey. We join. Genau. Oh. Er hat noch ein. Oder. Ne. Zwei sogar noch down gehabt. Das heißt. Das ganze Polizeidepartement liegt hier gerade. Wir machen den Serverwechsel. Perfekt. Und dann stürmen wir das letzte Mal. Noch hier irgendwie nehm. Ja. Nehm Server. Oh. Wir haben da noch einen Polizisten. Finn. Komm mal schnell vor die Polizeistation. Und er fährt weiter. Ne. Jetzt steigt er aus. Okay. Let's go. Da ist er. Da ist er. Ein Q5. Ich glaube. Das ist der letzte Polizist. Irgendwie. Und er fährt weiter. Komm. Wir schießen nochmal auf seine Reifen. Einen Plattenreifen hat er aber noch bekommen. So ein bisschen Strafe muss ja auch sein, ne. Gut. Perfekt. Wir werden jetzt einen Serverwechsel machen. Und dann noch eine Polizeistation stürmen. Okay. Wir sind jetzt auf dem neuen Server. Neun Polizisten sind an der Zahl. Ein Passat fährt gerade schon nach hinten. Das Ziel ist den auf jeden Fall zu bekommen, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich ein neues Auto holt oder so. Da läuft er lang. Und ja. Er läuft, er läuft, er läuft. Er läuft wie ein Wilder. Und ich wollte schießen. Ich hab die linke Maustaste sogar gedrückt. Es hat nichts gebracht. Egal. Wir verstecken uns hier hinter, falls er kommt, oder? Was macht er? Füllt er nach? I guess. Ich glaube, er füllt nach. Oder? Ne. Er hat die Schicht beendet. Warum fährt er nach hinten, um die Schicht zu beenden? Ich verstehe. Egal. Polizisten halt in Notruf haben. Muss man nicht verstehen. So. Notruf wurde auf jeden Fall erfolgreich gesendet. Und wir werden jetzt einfach mal warten und wieder in unsere geile Ecke hier gehen, würde ich sagen. Und uns hier irgendwie so hinstellen und warten, bis die Polizei kommt. Okay, Leute. Wir haben den ersten Polizisten fort. Wir schießen auf jeden Fall jetzt, 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 jetzt. Nein! Ich hab nichts getroffen. Doch, jetzt, 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 weil er geleckt hat. Okay, das kann gut, aber auch schlecht sein. Er ist down. Okay. Massiv down. Und da hinten ist wer? Achso, das ist nur unser Kriminell. Ich hätte fast auf ihn geschossen. Okay. GG auf jeden Fall an der Stelle. Wir warten auf die nächsten Polizisten. Die werden ja jetzt, glaube ich, relativ schnell kommen. Wir gehen wieder hier in die Ecke auf jeden Fall. Grad hat das jedoch nicht so gut geklappt, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, Leute. Da läuft auf jeden Fall gerade jemand zum Job. Bis jetzt ist kein Sanitäter für den da hinten da. Nimmt er den jetzt an? Bitte nimm ihn an. Nimm ihn an. Nimm ihn an. Ja, 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 ja. Let's go, let's go. Er läuft lang. Ich hab absolut kein Aim. Ich hab kein Aim. Er hat auf jeden Fall nur die Glock. Let's go. Ähm, er hat noch vier... Warum hast du so vier AP, Kollege? Ich hit' ihn nicht. Ähm... Egal, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wow. Ja, ja, komm. Der ist, äh, Two-Shot oder so. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ist down, ist down. Äh, da hinten war noch wer gerade, glaube ich, irgendwie am Ballern oder so. I don't know. Wir laden einmal beides nach. Ach, da war einer. Let's go. Ist down auf jeden Fall. Jetzt sind drei Polizisten auf jeden Fall down. Eigentlich sollte die Verstärkung langsam mal kommen. Also, fünf Polizisten sind noch auf dem Server. Sieht gerade aber nicht danach aus, irgendwie, als die, als wenn die irgendwie existent wären. Der Arme liegt die ganze Zeit und stirbt gleich. Der Arme, der tut mir ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da kommt Polizei. Finn auf Gefechtsstation. Da kommt einer. Und er dreht wieder um. Nee, er schießt, ah, er schießt auf mich. Finn, ich hab gedacht, er dreht um. Finn auf Gefechtsstation. Äh, Rück, äh, Erstattung oder so. Rückfeuermäßig da, genau. Einfach schießen, was du kannst. Ist down, hast du gut gemacht. Ähm, ich hab so viel geholfen. Äh, ich würd mir ein Ehrenverdienstkreuz oder so geben. Ach, die Sannis kommen jetzt, ne? Jetzt kommen sie. Er schlägt erst mal. Ah, da hinten kommt ein Bentley. Ich glaub, das ist egal. Aber ich mein, ich hab da sogar noch ein Polizeifahrzeug gesehen. Ich wurd umgefahren. Ah, ah, perfekt. Bequem so, Bentley. Bro, er geht jetzt nicht ernsthaft vor uns. Sein Augenkopf. Wow, was in aller Welt ist... Wow, er hat mich getasert. Ich chill hier so als Türaufhalter oder so. Schieß ihn mal um, Kollege. Stark. Äh, alles wegen mir. Und er ist direkt gelieft. Stark. Oh, hier wurde auf jeden Fall einer wiederbelebt. Äh, Finn, ich packe ihn ein und du schlägst ihn ein bisschen so, ne? Verpasst ihn mal so eine Abreibung, die er verdient hat. Ähm, der Bentley kommt auf jeden Fall ganze Zeit wieder irgendwie, hab ich so das Gefühl. Achso, nee, das ist der, der gerade down gegangen ist. Der arme. Okay, der wird auf jeden Fall Polizei gleich gehen, denk ich mal. Sobald der Cooldown vorbei ist. Ah, nächster Polizist. Auf Gefechtsstation. Auf Gefechtsstation. Äh, der geht irgendwie ein bisschen grad auf mich. Ist aber nicht down. Zwei Polizisten. Finn, wo bist du? Schieß ihn down. Schön, schön, schön. Äh, der Schwarze da ist auch noch ein Polizist. Pass auf, pass auf. Der tasert mir auch. Bro, ich werd die ganze Zeit getasert. Zwei Polizisten sind hier noch. Hier schießt einer auf mich mit der Glock, aber ich bin noch am Leben. Der ist relativ low, wurde wiederbelebt. Okay, ist angehltet, ist down. Vorsicht. Der da hinten, der da hinten. Schießt auf ihn, schießt auf ihn. Ich bin fast down, ich bin fast down. Ich muss mich kurz hielen. Ich geh mal hier in die Ritze rein. So, ich hiel mich kurz hoch. Äh, Finn, existierst du? Warum bin ich tot? Ich hab nicht mitbekommen, wer mich jetzt down geschossen hat oder so. Bro, was ist das für ein Skin? Junge. Okay, wir wurden auf jeden Fall wiederbelebt und ja, jetzt auch festgenommen. Okay, also ich muss jetzt mein Fazit sagen. Wir haben es einmal erfolgreich geschafft, auf jeden Fall auch wegzukommen. Einmal null erfolgreich. Da wurden wir umgeschossen, festgenommen, was weiß ich. Okay, ich lebe, ich laufe einfach mal kurz. Ähm, und so weiter. Und jetzt die Runde, ja, da sind wir freigekommen, weil wir freigelassen wurden. Ähm, aber an sich war es halt Action. Aber, naja, Plus macht man nicht. Aber es bockt auf jeden Fall. Deswegen, Leute, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist mit dem heutigen Video. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Soll ich das vielleicht auch mal irgendwo anders machen? Früher war es ja zum Beispiel auch, dass manche einfach aufs Krankenhausdach gegangen sind. Schaut das mal, wie gesagt, in die Kommentare. Lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.